Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich mit Corsica. Der Tavignano ist einer der größeren Flüsse in Corsica. Heute schauen wir uns den Abschnitt von Ponte Altiani bis zum Camping Arnella an. Bereits früh in seinem Lauf wird dem Tavignano sein Wasser oberhalb der alten korsischen Hauptstadt Corte entzogen und dem Stausee Calcuchia zugeführt. Daher hat er oft erst nach dem Zusammenfluss mit dem Vecchio genügend Wasser. Der normale Einstieg ist an der Ponte Altiani, wo auch eine alte Bogenbrücke den Fluss überquert, die noch lange befahren wurde. Der einfachste Zugang ist von der rechten Seite. Der Fluss fließt grösstenteils durch ein offenes Tal mit Kies und Felsufer. Ich würde ihn als Wildwasser 2 bis 3 einstufen, da viele der Schwelle zwar kurz, aber doch Wildwasser 3 sind. Bereits kurz nach dem Start bekommt man dies zu spüren. Ungefähr einen Kilometer unter der Brücke, am Ende einer Krümmung nach rechts, sitzt ein Stein in der Mitte, welcher links einen schönen Sprung bei moderatem Wasserstand bildet. Die Durchfahrt rechts ist auch nicht ganz offen, aber bei Meerwasser zu bevorzugen. In der Folge fließt der Tavignano mehrheitlich nach Osten mit leichten Kurven. Für diesen Abschnitt sind Wasserstände über 1,40 Meter gut. Es gibt wahrscheinlich auch eine Obergrenze, aber ich kenne sie nicht, da der Fluss doch einiges an Wasser aufnehmen kann. Etwa auf halber Strecke befindet sich rechts ufrig eine Kiesbank, welche ein trockenes Bachbett ist. In der folgenden Rechtskurve gibt es links eine mögliche Ein-Ausboot-Stelle, wenn man schon genug hat oder die Folgestrecke befahren möchte. Diese ist als Olivenhain bekannt, benannt durch eben diesen, welcher ein bisschen oberhalb des Parkplatzes befindet. Der Tavignano kurvt dann um den Camping Sortipiani. Am Ausgang befindet sich die schwierigsten Meter. Das Wasser fließt zwischen Felsufer und Kiesbank nach unten mit Steinen in der Mitte, an welchen man rechts vorbeifährt. Es endet in einer scharfen Rechtskurve, welche oftmals Holz und Metall am außen liegenden Stein hat. Dieser Teil kann einfach rechts umtragen werden. Nicht so der nächste Katarakt. Bei einer eingestürzten Brücke und Mühle wird das Wasser zusammengedrückt. Bei niedrigem Wasser kann man durch die Mitte, bei mehr empfiehlt sich eine Anfahrt von rechts. Dann erreicht man die Ponte Piedicorte, welche nun von der Strasse aus gut erreichbar ist. Dies ist eine weitere Möglichkeit die Fahrt zu beenden. Es folgen noch einige Schwelle um eine Links- und dann eine Rechtskurve, bevor man das ruhige Wasser beim Campingplatz Erneller erreicht. Auf diesem Camping tummeln sich normalerweise Kayako. Wenn man die Autos an der Strasse vor dem Gelände abstellt, darf man hier auch ausbooten. Wenn du noch genügend Energie hast, kannst du auch noch die folgende Schlucht anhängen. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.